Scharp brennen wenigstens ist auch gut. Nur die Blasrohrkämpfer... Das ist einsatzbereit. Er... Eher ein Problem. Ja. Ich bin müde. Kämpft! Hier! Mir nach! Achtung! Der rennt weg. Jetzt kommt er wieder an gerannt. Achtung! Verteidigt euch! Zeit zu sterben! Gut. So. Ihr fangt mir mal an. Nicht eine Keilerzucht zu errichten. Sondern ein Nahrungslager zu errichten. Schon dabei! Schlagt sie zurück! Schließt die Reihen! Was wollt ihr? Feindlicher Angriff! Schon dabei! Schlagt sie zurück! Schlagt sie zurück! Schließt die Reihen! Schlagt sie zurück! Wird sofort ausgeführt! Zu Befehl! So. Mann, die Kriegssänger halten zum Brautdix aus, weil sie Buff-Einheiten sind und keine... So. Wildschweine. So. Oink, oink! Das ist eine Wildschwein-Zucht, oder? Ja, schon gut! Das ist eine Wildschwein-Zucht. ja ja es soll wie meine witschweite mit mein nahrungslager da irgendwie so flackert nach jetzt nicht mehr gut das gebäude ist einsatzbereit verstärkt die deckung verstärkt die deckung lasst uns lieber was wollt ihr lasst uns durch meine so vorsicht Gut Waffenlager und Eisenhaus Brauchen bald zum Glück nur Stein Noch eine Wildschweinszucht Lasst uns lieber Krieg führen Zurück mit euch Vorsicht Zeit zu sterben Zurück mit euch Also er klappt ganz gut Was ich jetzt halber hier mal noch safe So ich hab so das Gefühl Jetzt könnten wir dann theoretisch mal die Eisen Versorgung anschmeißen Arbeit immer nur Arbeit Wow Vorsicht Unsere Stadt wird angegriffen Verteidigt euch Okay Okay Jetzt wird langsam Zeit Dass wir Truppen Holen Steinhaus Feuerhaken Verbesserung fertig Gib mir mal Werfer So So jetzt brauchen wir noch ein Eisenhaus Auf mein Zeichen Noch eine Schweinezucht Ja ja Zurück mit euch Gut Habe ich gerade noch so einen Tod abgewendet Von mir Zeit zu sterben Er war schon Uch So, mein Irrfit parke ich mal im Heldenmonument. Die Eisenschnebel zu mir. Die Werfer zu mir. Hier kommt keiner durch. So, dann schürfen wir auch mal Eisen langsam. Schon dabei. Aber sicher. Haltet durch, Männer. Zu befehl. Nicht so weit vorlaufen. Ihr sollt doch in der Nähe der Türme bleiben. Schlagt sie zurück. Für das Licht. Auch ihre Feuerunterstützung habt. Sie sind überall. Was wünscht die Rune unverzüglich. Schlagt sie zurück. Halte durch, Männer. Zu befehlen. Hexer auf der Seite. Priester auf der Seite. Was? Zwei nennen. Oh, nein. Jo. Gut, ihr zwei errichtet mir jetzt die Keilerzucht noch. So, ihr errichtet mir jetzt ein Nahrungslager. Das brauchen wir nämlich auch langsam mal. Also unsere Heimstadt ist schon mal gut gesichert. Ja, von mir aus, das hat... Verbesserung fertig! Äh, wo habe ich eigentlich meinen Keuenschnitz errichtet? Ach, hier oben. Verbesserung fertig! Ja, ich bin müde. Wildkeiler. Ist was! Arbeit! Immer nur Arbeit! Dann das große Haupthaus. Das könnte eine Weile dauern. Verbesserung ist fertiggestellt! ! ... ... ... ... ... Oh Schlagt sie zurück! So, hier jetzt eine Jagdhütte. Na dann! Verbesserung fertig! Ja, die, das Upgrade noch. Ein paar von denen, das habe ich Upgradet. Und ihr könnt mal ein bisschen beim Bauen helfen, dann geht das schneller. Die sollen weggehen! Was wollen die? Verschwindet! Was wollen die? Wo kommen die her? Feindlicher Angriff! Haltet durch, Männer! Darf ich tu dir? Gut, alles so. Gut soweit, wir haben jede Menge Lenya, was gut ist. Um Baranda dann ausbilden zu können. Achtung! Ja, schon gut. Das Gebäude ist einsatzbereit. Was wollt ihr? Gut, dann gebe ich jetzt noch die, das Blutheiligtum in Auftrag. Schon dabei! Aber dann würde ich sagen, speichern wir an der Stelle mal. Und machen jetzt erst einmal einen Cut. Sie sind überall! Also, bis gleich! Schließ die Reihen! Bis gleich! Untertitelung des ZDF, 2021